Hallo Leute, heute ist es trüb und wir fahren zur Santa Anna und schauen in diese Grippenausstellung rein, miteinander. Die tun wir schnell durch, durchfilmen und dann wünsche ich euch ein schönes Fest, Leute, und schöne Feiertage. 20, 25 Minuten und schon sind wir da, bei der Ausstellung bei Santa Anna. Alles natürlich wieder wunderbar angelegt, mit diesen vielen Weihnachtssternen. Schaut euch das an, kein Traum. Die Kanonen, das kennt ihr ja alles. Ich hoffe, das ist scharf. Jetzt haben sie mal das Licht angemacht. Tschüss, das ist scharf. Schönen Tag, da sind wir alle? Drei. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Geht es dann wieder weiter? Untertitelung. BR 2018